Das hat Rihanna also gemacht, als Chris Brown mit seiner Ex feiern war. Hm, wenn die Katze nicht da ist, kann die Maus spielen. Irgendwie. Chris sagt in einem Interview, dass er und Rihanna wieder getrennte Wege gehen. Er gab zu, dass er sie für immer lieben wird, aber er sei ein erwachsener Mann und er wolle einfach nur weitermachen. Wir wissen nicht genau, was er damit meint. Er sagte auch, dass er keine Frau haben möchte, die noch so jung ist. Er ist wirklich lustig, denn sie ist älter als er und eigentlich wollten die beiden doch heiraten. Die Dinge scheinen sich wirklich zu ändern. Und er hat auch tatsächlich seine Ex angerufen und mit ihr gefeiert und auch noch mit anderen Frauen. Aber macht euch keine Sorgen, die beiden kommen sicherlich wieder zusammen, bis sie sich dann wieder trennen.